Hallo und herzlich willkommen beim Garten-Kanal. Das nächste oder das zweite Yakon-Video der Serie Yakon anbauen und jetzt gleich mal zum Thema Stecklinge. Ja, das hier ist so ein Steckling, den ich aus dem grünen Trieb gemacht habe und der angewachsen ist. Lässt jetzt zwar ein bisschen die Blätter hängen, lag daran, ich habe ihn heute Nacht draußen vergessen. Wir hatten wieder so um die 3-4 Grad, ja, das gefällt ein Yakon nicht. Aber der ist noch definitiv vital genug für die Überwinderung und wird weiter wachsen. Den räume ich gleich mal wieder auf und ich hole die Stecklinge her, die gerade am bewurzeln sind. Und da haben wir sie auch schon im Gießkännchen und dann zeige ich euch gleich mal, dass das einfach möglich ist. Ich glaube, Bilder sprechen mehr für sich als Worte. So, und die Wurzeln sind auch nicht angeklebt. Hier ein kleiner bewurzelter Yakon-Steckling. Den großen müssen wir natürlich auch noch kurz rausholen. Der ist schon ein bisschen länger drin, den hätte ich eigentlich, ja, schon längst einpflanzen können. Aber da schaut her, sieht wunderbar aus. Und ja, hier unten haben wir sogar einen neuen Austrieb. Können wir vielleicht sogar einen zweiten Extra-Steckling draus machen. So, jetzt zum theoretischen Hintergrund. Bevor ich aber hier alles voll tropfe, mache ich es mal wieder rein. Und den hier werden wir gleich exemplarisch kurz vor der Kamera eintopfen. Ja, und was brauchen wir dazu? Ein Töpfchen, ein bisschen Erde und unseren Steckling. Und ansonsten, ja, gibt es nicht mehr viel zu erklären. Ich mache unten ein bisschen Erde rein. Dann kommt der Steckling rein. Ich hebe hier so ein bisschen fest und fixiere so klein wenig, dass die Wurzeln jetzt auch nicht verletzt werden und abbrechen. Und dann fülle ich erstmal hier ein bisschen locker Erde rein. Und wenn das Ganze dann voller ist und der Steckling von alleine schon so ein bisschen stabil hier drin steht, drücke ich das Ganze ganz forstig aus und fest, dass die Wurzeln, wie gesagt, nicht abbrechen. Und dann wird ein klein wenig angegossen. So, voll ist. Wie gesagt, hier ganz forstig noch ein klein wenig runterdrücken. Und der Rest der Erde wird es dann absenken und die restlichen Löcher werden gestopft eben durchs Angießen. Und schon sind wir damit fertig. Was ist jetzt der Hintergrund zu dem Video? Im Jahr konnte Ernte-Video, im letzten Video, habe ich fälschlicherweise gesagt, die Speicherknollen kann man auch zur Vermehrung nehmen. Da habe ich irgendwas durcheinander gebracht mit den Süßkartoffeln. Denn, ja, da ist es natürlich durchaus möglich. Aber an den Speicherknollen fehlen die sogenannten Augen. Die sind am Wurzelstock aber vorhanden. Wahrscheinlich habe ich das ein bisschen miteinander vermixst. Und wir springen jetzt in den Garten und schauen uns die zweite Vermehrungsmethode an. Mithilfe des Wurzelstocks. Oh, ist er ja schon da. Ich muss das Set hier noch ein bisschen sauber machen. Und wozu? Dazu, dass es gleich wieder dreckig wird. So, Stuhl ist, glaube ich, nicht schlecht. Dann bin ich auch im Bild. Also, Thema des Videos ist ja die Vermehrung der Yacon. Kann man auch mit dem Wurzelstock oder aus dem Wurzelstock hier heraus komplett machen. Wie überwindet man den? Bei 5 bis 10 Grad, also mehr als 10 Grad soll es nicht sein, weniger als 5 auch nicht. Bei mehr als 10 Grad fängt man dann eben an, schneller auszutreiben oder treibt mehr aus. Und unter 5, wie gesagt, die Kälteschäden. Letztes Jahr hatte ich so einen Wurzelstock auch überwintert. Allerdings habe ich den Fehler gemacht, den im Heizkeller zu haben. Wesentlich zu trocken, also für ein bisschen Feuchtigkeit oder Luftfeuchtigkeit sollte man schon sorgen. Oder eben eine Räumlichkeit wählen, die die entsprechende Bedingung hat. Ein sehr wichtiger Punkt hierbei. Ja, Tisch wieder dreckig jetzt. Aber ganz, ganz, ganz wichtig. Nicht die Erde hier vom Wurzelstock abmachen. Nicht auf die Idee kommen, das Ganze jetzt abzuwaschen, dass es schön sauber ist und weniger Dreck macht. Das hier bitte dranlassen. Wirkt sich positiv auf die Lagerfähigkeit aus. Das Risiko von etwaigen Verletzungen, die dann offen sind, wo Bakterien, Viren und sonst was rein können, umgeht man dann gleich schon von vorne rein. Also ich fände es jetzt wirklich blöd, wenn man den kompletten Wurzelstock dann eben wieder einsetzt. Denn wir können hieraus natürlich mehrere Pflanzen machen. Es geht ja auch um die Vermehrung. Und da greift jetzt wieder dasselbe Prinzip wie bei Kartoffeln und Süßkartoffeln. Wir brauchen hier ein Wurzelstück, was ein Auge hat. Wie zum Beispiel hier an dieser Stelle. Oftmals kommen da auch schon ein paar neue Triebe dann raus. Und hieraus lässt sich natürlich dann perfekt vermehren und mehrere Pflanzen daraus ziehen. Ja und was macht man dann oder wie macht man es dann? Ihr habt das Messerchen, denke ich, schon gesehen. Man schneidet sich hier ein kleines 2-3 cm großes Teilstück ab. Setzt es wieder ein. Am besten, wie auch beim Ingwer oder bei der Süßkartoffel dann, mit Schnittfläche nach unten in die Erde. Lässt das Ganze bewurzeln. Und schon nach ein paar Wochen dürften sich die Triebe zeigen, wenn noch keine Triebe dran waren. Und man hat eine eigene kleine eigenständige Jakonpflanze. So, ich habe noch kurz eins abgeschnitten für euch. Das, was ich euch auch gerade gezeigt habe. Und da haben wir es. Dieses kleine Teilstück. Ich drehe es noch kurz. So, hier ist die Schnittfläche. Das werde ich einsetzen in ein Töpfchen. Anfangs ordentlich feucht halten. Man kann natürlich noch so eine Frischhaltefolie machen oder so ein Mini-Gewächshaus bauen. Oder es ein Mini-Gewächshaus stellen. Und dann schauen wir mal, ob es austreiben wird. Ja, es wird ziemlich sicher austreiben. Das war es jetzt soweit zur Ja-Kon-Vermährung. Tipps, Tricks und so weiter. Alles wie immer unten in die Kommentare. Wenn das Video euch gefallen hat, gerne Däumchen nach oben da lassen. Kanal unten kostenlos abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Ihr wisst Bescheid, wie das Ganze funktioniert. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Und wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao. Und alle, die noch dran geblieben sind, bekommen meine Gartenfreunde und Gartennachbarn zu sehen. Die Ziegen vom Nachbar. Nicht Garten-Nachbar, aber vom Nachbar. Die grasen hier rum. Fühlen sich wohl. Und so nah bin ich eigentlich noch nie rangekommen, wenn er nicht dabei ist. Weil sie total schreckhaft sind. Ja, aber das ist doch jetzt mal idyllisch. Toll anzusehen. Die Hühner sind leider gar nicht draußen. Ja, und ansonsten mit dem kurzen Anblick hier. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.